Warte, warte, warte. Das ist ja, da... ... und da, da, da... ... und das ist ja, da, 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 da... ... und das ist ja... ... und das macht mal hier die Ramm, ... und ich gucke mich, ich gucke mich, ... und ich gucke mich, Lass mich mal wieder mal kasseln. Ja, der Profi muss das machen. Ja, ich kann da was einkaufen und nicht ganz zacken. Ich muss mich wieder wach. Ich bin durch. Wir wollen jetzt wieder ein Boot treiben. Die erste Flucht haben wir hinter uns. Da drüben kommt übrigens die Front. Sieht das sehr schön. Ich weiß, ob sie nicht ganz zu haben, aber auch das ist schon hart genug. Ich würde sagen, da kommt jetzt ein dicker Wutthof hin. Euer Brückenschmerzen, Alter. Wie tief haben wir es hier, Fabian? Bernie kann jetzt schon nicht mehr. Nehmen wir noch mal eine Gute da raus, Fabi. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Die Abenteuerung. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Ja, das war's. Doppelter Buttrill, sagen die beiden zumindest. Warum machst du denn deine Bremse nicht auf? Nicht alle auf die eine Seite. Ja, ich bin sehr gut. Ich habe einen Händen, das ist ein Haus. Ich habe mich hier auf die Seite. 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 Ich habe es hier auf die Seite. Ja, das ist gerade mal eine Bremse. Warum machst du denn deine Bremse nicht auf? Musik Ja, ich wollte gerade sagen, lass die bloß in Ruhe, ey. Das ist nur ein bisschen aufgewacht. Oh, der hängt nur ganz knapp. Alles klar? Alles gut. Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Wir haben hier Bernhard bei der Arbeit. Soll ich die Kamera nochmal umdrehen? Meinst du das besser? Ja. 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 Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Das sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Ja, wieder runter. 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 Ja, Tiger. Ein bisschen am Seiten links. Genau. Du musst dir aber gar nicht verstehen. Ja, du musst ihm das nochmal zeigen, wie das funktioniert hier bei uns. Lass ihn kämpfen. Ja, der Gimbal. 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 Nein, ich hab den Gimbal zuhause gelassen. Ja, die Wurde zu schmorten. Ja, natürlich. Nehmen die Eier nicht. Okay. Ja, der Schmann. Ich mach das, dass mein Bestand wirklich jemals mal ankommen wird. Das kommt ein starker hackter Dorscher. Ja, der Hacktang. Schöne Anzeige im Grund jetzt. Die sitzt da, glaube ich, ganz gut, da wird sich kein Meter überlegen. Die sitzt da, glaube ich, ganz gut, da wird sich kein Meter überlegen. Die ist da, glaube ich, ganz gut, da wird sich kein Meter überlegen. Die ist da, glaube ich, ganz gut, da wird sich kein Meter überlegen. Die ist da, glaube ich, ganz gut, da wird sich kein Meter überlegen. Die ist da, glaube ich. 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 Die ist da, glaube ich.